Überfüllte Fähren und bis auf den letzten Platz besetzte Billigflieger erreichen die Ferieninsel Santorini in Griechenland. Fast zwei Millionen Touristen haben allein in diesem Jahr das kleine Paradies besucht. Viele der 25.000 ständigen Bewohner von Santorini stöhnen unter der Last der Gäste. Zwar finden einige einen Job in einem der 141 Hotels oder in einer der mehr als 700 Bars oder in einem Restaurant, doch die Griechen machen sich auch Sorgen um ihre Insel. Santorini wurde 1613 durch einen Vulkanausbruch zerstört. Und so mancher Bewohner sieht dem immer größer werdenden Strom der Touristen einen weiteren Fluch, der dem Charme der Insel endgültig den Chaos machen könnte.